Oh, und fertig. Ich kann nicht mehr. Ich brauche unbedingt eine Pause. Ich bin wirklich platt von der ganzen Gartenarbeit. Jetzt brauche ich einen guten Snack zur Erholung. Was höre ich da, Emily? Eine Pause? Essen? Oh nein! Du machst jetzt noch den ganzen Haushalt. Du saugst den Boden, danach wischst du den. Ich möchte, dass du alle Fenster putzt. Ich möchte, dass du den Kühlschrank putzt, die Küche putzt, das Sofa putzt. Ich möchte, dass du das ganze Haus putzt. Eine Pause gibt es heute nicht für dich. Oh Mann, Mama. Ich wollte doch nur eine klitzekleine Pause machen. Ich habe den Rasen gemäht. Ich habe sogar mit einer Nagelschere den Rasen so gemacht, dass alles perfekt aussieht. Ich habe den Zaun gewaschen. Ich habe das Häuschen gewaschen. Ich habe alles komplett sauber gemacht. Ich möchte doch kurz ein Nickerchen machen oder wenigstens irgendetwas essen zur Stärkung. Sag mal, Emily. Wie redest du denn eigentlich mit unserer Mutter? Du weißt schon, dass sie das ganze Haus bezahlt und das Essen, was du isst. Und du machst nicht, was sie sagt. Oh Mann, hätte ich mich damals so benommen, dann wäre ich rausgeflogen. Du solltest besser machen, was sie sagt, denn du wohnst immerhin noch bei ihr. Oh Mann, hat irgendwer was gesagt? Oh, Emily. Steh sofort auf und mach, was ich dir sage. Oder weißt du was? Nichts, oder? Du wirst heute draußen schlafen, weil du mir so auf die Nerven gehst. Ich habe echt, echt keine Kraft mehr dafür, dass du immer so gegen mich bist. Mach doch einfach mal, was ich dir sage. Oh, ist ja gut. Ich mache ja schon. Aber draußen schlafen? Ich kann nicht draußen schlafen. Ich bekomme dort fast keinen Schlaf, weil das einfach viel zu gruselig ist. Oh Mann, ihr seid so fies zu mir. Oh Mann, muss ich halt wieder hier schlafen. Aber wenigstens habe ich jetzt etwas Ruhe. Ich muss mich wirklich ausruhen. Emily, du hast doch gehört, was deine Mutter gesagt hat. Mach jetzt sofort die Küche sauber und danach machst du noch den Pool, weil ich habe einfach keine Lust, das zu machen. So viel Spaß dabei. Oh Mann, die Küche ist fast sauber. Warte mal, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist eine Kamera. Warte mal, stimmt. Ich habe diese Dinger schon überall im Haus entdeckt. Das heißt, hier wird 24 Stunden am Tag aufgenommen. Das ist mega. Oh, ich muss etwas leise reden. Das ist mega. Das bedeutet, wenn meine Mama und meine Schwester mich das nächste Mal schlecht behandeln, dann kann ich das aufnehmen und zur Polizei bringen. Und dann komme ich endlich raus aus diesem Haus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde hier nur gemobbt und muss alles machen für die. Oh, Emily, was redest du denn da? Du bist nicht zum Reden hier, sondern zum Saubermachen. Und außerdem bist du viel zu laut. Ich höre meine Sendung gar nicht. Oh Mann, ey, du bist echt zu nicht zu nutzen. Oh, Freunde, es ist soweit. Ich werde jetzt meine Mutter oder meine Schwester so weit provozieren, dass ich Ärger bekomme. Und danach werde ich einfach mit der Aufzeichnung zur Polizei gehen. Ich würde sagen, die Show kann beginnen. Hahaha. Oh Mann, ich fühle mich echt an wie ein Bösewicht. Emily, was machst du hier oben? Äh, warte mal, bist du hier nur am faulenzen? Du sollst aufräumen, hopp, hopp. Ähm, äh, ich habe heute einfach keine Lust, weißt du? Oh, Emily, muss ich mich jetzt wirklich aufregen? Seit wann verweigerst du, was ich mache? Los, räum das ganze Haus auf. Und sonst, sonst kriegst du Ärger. Ah ja, dann ist das eben so, würde ich sagen. So, das hast du jetzt davon, Emily. Das bist du wirklich selber schuld. Ah! Aua, mein Bein, das tat wirklich weh. Oh Mann, so weit habe ich es noch nie kommen lassen. Ich hoffe, es hat sich wirklich gelohnt. Aber bevor ich das nachschaue, muss ich unbedingt zum Arzt. Oh Mann, das tut heftig weh. Aua, so, mein Bein ist zwar gebrochen, aber das hat sich sowas von gelohnt. Dann wollen wir mal das Material anschauen und zur Polizei gehen. Let's go. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, das wollte ich nicht gucken. So, wo ist es denn? Warte mal, warte, das kann doch nicht sein, oder? Oh Miss, ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Das bedeutet, das Ganze wurde gar nicht aufgenommen. Oh Mann ey, wie kann man denn so doof sein? Ich habe einfach umsonst mein Bein kaputt gemacht. Das kann aber wirklich nur mir passieren. Aber das bedeutet auch, ich muss das Ganze nochmal von neu durchziehen. Okay, aber nicht nochmal mit Mama. Diesmal muss meine Schwester ran. Und wahrscheinlich mein zweites Bein. Oh Mann ey. Nun gut, auf ein neues, Freunde. Emily, ähm, ich dachte, du hättest mein Zimmer aufgeräumt. Naja, Schwester, was soll ich dir sagen? Ich hatte einfach keine Lust ey. Und egal wie lange du jetzt auf mich reinredest oder du mir irgendwas erzählen willst, ich werde dein Zimmer nicht aufräumen. Da kannst du wirklich machen, was du willst. Pech gehabt, würde ich sagen. Sag mal, wie redest du denn eigentlich mit mir? Was fällt dir ein? Bist du, bist du etwa mutig geworden? Oh, wenn ich dich in die Finger kriege. Pass auf, Emily. Oh Mann, ich glaube, jetzt geht's los. Oh, so redest du nie wieder mit mir, Emily. Oh Mann, Freunde. Ich habe jetzt zwar beide Beine kaputt, aber auch ein Beweis dafür, dass meine Familie mich nicht gut behandelt. Jetzt werde ich auf jeden Fall mit der Aufnahme zur Polizei gehen. Und danach werde ich wirklich ein schöneres Leben haben. So, dann wollen wir mal. Und, ups, da wollte ich nicht hin. Aber hier wollte ich hin. Und Jackpot, die Aufnahme habe ich jetzt auf mein Handy gezogen und werde sie ganz einfach der Polizei zeigen. Oh Mann ey, jetzt werde ich mich an euch rächen. So, dann wollen wir mal. Was? Sie sitzen wegen ihrer Familie im Rollstuhl? Oh mein Gott, es tut mir so viel leid. Sie mussten bestimmt so viel leid wegen den Aushalten. Das werden wir nicht dulden. Die beiden kommen sofort ins Gefängnis und werden da ihr Leben lang drin schmoren. Oh Mann ey, ich hasse Mobbing. Oh, Emily, das werden wir dir ein Leben lang büßen. Ja, ja, ja. Viel Spaß im Gefängnis. Aber Freunde, falls euch dieses coole Brokehaven Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und Tschüss.